Willkommen zu einer weiteren Aufnahme, Titan Quest. So, unser Freund der Leichtkönig ist wieder mit dabei. Und wir gehen mal in nördliche Richtung durch die Sympho und gucken, was da oben eigentlich noch Phase ist. Ah, das geht ja schon gut los. Willkommen, willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Nö, irgendwie hast du nichts. 40 Rüstung. Langsam werden die Sachen hier auch stärker. Mit Zufriedenheitsgarantie. So, mal gucken, was hier abgeht. Hier waren ein paar Höklein. Ich glaube, letztes Mal waren es noch andere. Die Papien. Ah, eine Höhle. Nö, geh in die Höhle. Ein paar Spinnis ist ja wohl nicht gerade ein Gegner für uns. Was haben wir hier? Eine Kampfmarkierung. Kommt jetzt etwa was Stärkeres. Ach, die paar Gollums wieder. Okay. Hm, ich bin bisher ein wenig enttäuscht von dieser Höhle. Aber wenigstens gibt es ein paar Erfahrungspunkte. Wo haben wir da wieder einen Dämonenhund? Oh, oh. Und irgendwas anderes. Ein Limos, ein Lebensbesser. Oh, die sind böse. Dann werden die Gegner jetzt auch langsam unangenehmer. Unser Leichenkönig ist auch schon ganz schön down. Da müssen wir vielleicht doch bald ein paar Punkte nochmal an denen verteilen. Oder er bekommt einfach keine Lebensenergie bei Dämonen zurück. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das könnte ich mir auch noch machen. Ich habe nochmal stehen. So, weiter geht es durch den Sumpf. Noch mehr kannst du nicht. Ich wusste es. hallöchen nö 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 kann weg das hochofen immer noch zu schlecht so schlecht so schlecht das ist dann alles ist alles muss man gucken ob wir noch ein delphi in diese aufnahme ankommen ich täte mich sehr froh hin da geht es wieder weiter ok wir sind ob gleich wieder voll hier mit dem hoch hallo hallo so das war es schon das war ja ein dünner abschnitt aber wenigstens haben wir die sümpfe jetzt vorerst verlassen noch mehr kannst du nicht tragen du hast keinen platz mehr na gut dann geht es mal wieder rüber kann ich dir etwas empfehlen ok leider noch nichts besseres wieder dabei wir haben uns auch schon lange keine probleme mehr mit zu starken ausrüstungsgegenständen gehabt mit zufriedenheitsgarantie füllschweinies wo und die großes hallo hallo ja gut sehr gut jetzt haben wir drei gut ist das wieder so ein schmaler gang so wie es aussieht ja das heißt wir verpassen auch nichts von der welt aber hier ist noch etwas hallo sehr schön freue ich mich wie viele punkte haben wir denn jetzt eigentlich jetzt ist die meisterschaft gar nicht mehr da ok zum 6 nehmen aufgabe aktualisiert ein waffen schmiedemeister du wohnst also hier mein freund ich habe nicht viele besucher sei gegrüßt wie kann ich dir helfen also mal gucken was das im angebot hast 48 rüstungen vergiss es ich habe jetzt irgendwie gehofft dass wir am nächsten etwas finden 44 rüstungen plus 59 gesundheitsregeneration kaufen wir mal oder das ist alles müh 39 rüstungen verlieren wir aber leider wieder etwas an stärke andererseits haben wir momentan genug punkte die wir wieder verteilen könnten ich bin ja doof 39 rüstung 52 rüstung das holen wir uns würde ich sagen 40 schaden das sollten wir uns merken 43 schaden fünf mal schaden mehr aber wir brauchen dafür noch so viel stärker 174 174 immer noch pech haben finden wir so eine waffe sowieso noch super easy 16 prozent schaden da würde ich eigentlich 16 drin das ist ja wesentlich teurer würde ich fast das hinnehmen wollen so 165 stärke verdammt so sind wir noch vier punkte 174 da machen wir das auch noch klappt das überhaupt noch 174 so nein 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 das nicht auf wiedersehen so jetzt aber und das war es dann auch für diese folge spitze bedanke mich bis dann so so Untertitelung des ZDF, 2020